Aaaaaaah 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 Oh hier ist gleich ein Totem das mach ich gleich mal kaputt Aaaaaaah Da stehen Puppen Aaaaaaah Ich geh in die Ecke und weine Mach das Sind aber Mannequins Ich mag keine Puppen Die sind nicht so schlimm Mannequins Ich mag keine Puppen Aaaaaaah Ich hab Heartbeat Aaaaaaah Ich bin jetzt unten Aaaaaaah Aaaaaaah Ich bin jetzt unten Aaaaaaah Aaaaaaah Ich weiß noch nicht wo Heartbeat ob unten bei mir oben Jetzt gleich Seh da bei mir Es ist meiner Unten Legend Es ist Legend Ja ja unten oder oben Unten Jetzt unten aber ich zieh ihn wieder hoch Hoffe ich Meine ich Denk ich Ja Ja Er ist wieder mit mir oben Mach auch mal nen Totem weg Aaaaaaah 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 Das war ne knappe Kiste Oh hier ist ein Gen Aaaaaaah Wollte er gar nicht runter Aaaaaaah Pfff Verdammt Jetzt bist du unten Ne Ja Unten auf dem Boden der Tatsache Ja Nein, 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 den will ich nicht Oh man! Nein! Nee, nein. Alles gut das musst du in der Aufnahme angucken. Okay, scheiße! Befolgt er dich? Nee, aber ich bin gerade im Schrank rein, dann läuft er an der Tür vorbei und hätte mich eigentlich sehen müssen. Ich glaube, er ist auf dem Weg zu uns, Shani. Ja. Ich hätte hier immer noch Hardbeat bringen. Warum will er denn nicht? Du bist nicht sein Geschmack. Ist er hinter dir her, Shani? Ja. Okay. Ich habe an der Palette gewartet. Der auch. Und dann ist er schon näher gekommen. Ich habe die Palette gezogen und er hat mich geahnt. Du was Böses aber auch. Ich habe ihn noch mal getroffen. Ich glaube, er ist ein bisschen böse auf mich. Hey, da ist der Klasse. Hey, Schatz. Nee, das war Heli. Dann war ich mehr hinter dir. Okay, dann heile ich mich noch mal schnell fertig. Oh, du bist so gut. Du bist so gut im Grab, bist du. Ich muss noch mal einen Sprintweg verballern, oder? Ich hoffe, dann bin ich eh schneller. Ach, ich kann mich ja gar nicht heilen. Kommt da. Ja, ich seh's. Ja, ich seh's. Oh, jetzt ist er wieder hinter mir, ja. 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 Aua. Mann, das ist nicht nett. Oh, fuck. Mensch, mein Gen ist fast fertig. Ist hier sowas von hart durch, du. So. Ist mir egal. Dafür habe ich ihn fertig gemacht. Der bringt mich runter in den Keller. Wie gemein. Jetzt mach schneller hier. Haha. Ist er bei dir in der Nähe, oder? Nee, ich bin alleine. Er ist hinter mir, Herr. Nee, jetzt ist er hinter mir, Herr. Ja, ja. Immer einmal kurz einschnitzeln, das war's. Dann schon wieder. Oh, Shani! Meine Rettung! Er kommt. Ob ich es jetzt mal schaffe, mich selber zu heilen? Ach, Mann! Und auch wieder Keller, oder was? Ja. Kellerkind. Ja. Ich wollte mal einen Donushaken hängen, weißt du. Ich wollte mal einen Donushaken hängen, weißt du. Gott hässliche Kellerkind. Da war der andere Jim. Da war der andere Jim. Da war der andere Jim. Oh! Oh, oh! Scheiße! Ah, Shani! Ich komme! Mann! Ich weiß nicht, wo hier diese scheiß Paletten sind. Aua! Wann ist du jetzt toll, ne? Arschloch! Leck mich doch am Arsch! Mh. Aua! Wie, jetzt schon wieder das Interesse verloren? Weil, dass man sich dann wieder komplett von vorne heilen muss, ne? Mh. Ne, 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 ne. Ah ah. Betritter gegen meinen Jim. Nja. Nja. Bei mir Heartbeat. Also. Nja. Nja. Lass ihn doch. Nimm mir noch Latte. Nja. 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 mich verletzt er bis jetzt immer noch ich kann nicht gesehen kommt wieder aber das ist nur wo daneben jetzt hat er getroffen es ist es ist es ist es ist es ist es wird Alter, ich bin da in der Nähe, komm zu dich mein Schatz und rette dich. Ja, mach dies, ich habe ihn aus den Augen verloren, ich weiß nicht wo er hingegangen ist. Ja, ich habe hier heartbeat irgendwo. Oh, oh, er hat mich gesehen. Ja. Fick dich. Komm mal. Er ist unter uns. Kommt hoch, kommt hoch. Ja, siehste. Lauf, 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 lauf. Lauf doch schon. Weiche, war tapfer. Ah. Ein Schlag abgefangen. Weiß man jetzt nicht, wer wer ist. Ich werde dich bemerken. Jo. Tschüss. Und schön. Fertig machen. Nein, nein. Doch. Ja. Da kommt er. Noch ist er oben. Hm. Immer noch oben. Ja. Jetzt ist er runter gesprungen. Ja. Er ist bei mir runter gesprungen, wo ich im Schrank stecke. Hi Schatz. Hi Schatz. Ich hier irgendwo der. Ich hab mich nicht gesehen schon wieder. Oh, er ist wieder oben. Bei uns am Gehr. Oh oh. Ja. Er kommt schon wieder. Nee, er ist runter gegangen. Hm. Und kommt bestimmt gleich wieder hoch. Hm. Ja. Oh. Oh. Da vorne ist ne Palette. Ich glaube aber nicht, dass ich das schaffen werde. Ja jetzt muss ja auch noch. Hm. Ja. Ach ich hab's noch geschafft. Ja. Da lang. Da lang. Hier lang. Nein, wir gehen nicht hoch. Danke. Ah. Okay. Wir sind wieder heile. Ja und ich bin unten und ah jetzt bin ich tot. Wahrscheinlich tot, ja. Ah. Daddy, ich komm zu dir. Okay. Ja. Ich bin tot. Komm, ist auch direkt unter. Also wird wahrscheinlich die Treppe jetzt hochkommen. Äh. Ja. Kommt die Treppe hoch. Ah. Ist bei mir. Hat keine Ausdauer mehr. Batterien nachschieben oder was? Ja. Eine Kostelle. Ich bin wahrscheinlich nicht. Ich kann mich nicht schien. Nein. Ich bin gerade mit, ja. Blind oder was? Ja jetzt lässt die Konzentration noch. Hier ist auch die Luke. Keine Ahnung wo. Ich hab ihn hier noch bei mir. Aua. Ach da. Du bleibst da drin mein Freund. Da ist die Luke. Ja da ist die Luke drin. Gut zu wissen. Ist der noch unten? Nein nein der ist jetzt wieder oben bei mir. Na ja. Nein ich find kein Gin jetzt. Ich auch nicht. Ach toll die Tür ist jetzt wieder. Noll. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Und jetzt bin ich wieder in die Ecke. Ja ja. Und direkt da ist auch der Haken. Oh da ist ein Gin. Hey. Ja. Ja. Er ist glaube ich nach oben gegangen. Ich bin grad nicht ganz sicher. Ja. Wo wirst du noch fahren. Hm. Ja. 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 Ja klar. Woher weißt du das ich dahinter bin. Weil ihm das angezeigt wurde. Ah. Mit dem Schlag kriegt er doch deinen Haken. Ja 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 ja. 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 Ich werde mal genesen. Ich bin so ein Lutscher. Ich bin so ein Lutscher. Eddie? Ja? Geh zu Luke. Der weiß doch eh wo ich bin. Ich hab nichts mehr zum umschmeißen. Ja. Er ist alles schon aufgebraucht. Ja. Einfach zu lange dauert. Hier gab es keinen Weg runter. Noch nicht tot? Noch nicht. Jetzt. Mädels ich komm zu euch. Jetzt geht die Party richtig los. Bin noch in der falschen Ecke glaube ich. Ja. Ja. Der hat auch quasi auf der Luke gestanden. Aber wenigstens mal kein Camper. Ne das definitiv nicht. Er hat sehr fair gespielt. Wenn auch sehr penetrant. Ja. Ich brauche jetzt nur in der Mitte stehen. Das war's. Gesundheit mein Schatz. Dankeschön. Wie wir gehen... Oh. 난 das esse. Mann ey. Fick dich äh. Und? Ähm. Und spielen wir mir noch eine Runde. Ah. Ich sag das. Ich sag das so. Ich kann schon nicht. spiel mit ihm hier daneben noch mal nachgeschlagen beim fall hey nachschlagen gilt nicht